alle da gut dann geht heute weiter mit der nächsten map zuckerland haben der letzten gemacht wo haben wir denn mal bock drauf auf eine map ja auch wissen wir spielen mal ein klassiker ich weiß nicht ob das spiel alle noch kennt naja guck mal obwohl ich persönlich immer mehr an frontschweine fern war das hat man von schweine von ich besser als wurms ich habe immer warum es gezeugt meistens auf der psp das gab es gab es gab es gab dafür die ps4 zwischendurch mal das gibt es noch naja kommen wir mal heute mal an nev freundschweine kennt mich zum beispiel nicht alter das sieht ja schon hart voraus geht schon wieder gut los ja jetzt hier ist die mole monnen drin die map du meinst so gut das habe ich eben geschafft das ist auch möglich klar das ist richtig treffen halt so nächste loch noch 2 ich glaube das geht gleich hoch ja das darf doch nicht wahr das könnte dreier werden ja der wäre auch die rutsche 2 2 schlägen wäre es trainieren wir sind tatsächlich wenn du da richtig rechts am rand da triffst das drüber kommst gleich na gut wo gehst du denn hin what the fuck alter wie soll man das denn schaffen ah hat der x um die jackpässe verwenden ah ok verstehe ich werde fast drin gelandet bogey ich habe den jetpack benutzt hab losgelassen wäre fast direkt in dem lockt gelandet das ist vielleicht eine sache die für die nicht ganz gut ja könnte man doch das könnte man lieber direkt am anfang der map wenn die geladen ist anzeigen verwenden große und bild verwendet mit x den jetpack ja ich habe auch nur auf dem schild hinten gelesen ja aber das weiß nicht da könnte das hätte man noch ein bisschen aber ich will mich nicht beschweren das spiel an sich ist eigentlich recht geil da müssen wir jetzt auch irgendwie durch oder was was wird sein drüber ok so mit zwei geschafft birdie dankeschön ja ich komme daher jedenfalls bei die ja die letzte mal diese sexy war gott ist das von witzel aha da oben herrscht wind du brauchst du dich in den wind treiben lassen berlin berlin da war das wieder raus gehüpft ein paar eigentlich ein zu viel du brauchst eigentlich nur wenn du die ramp bitte hoch springst nur nach links ein stück da ist dann windzug der nimmt dich mit ich habe schon geklappt ich muss mal wieder einen aufgeholt frei habe ich gebraucht so jetzt spielen wir das spielschirm wo ist man denn da oben hin nach der unten oh gott wieder mit jetpack ok nein jawoll ist das eine lange das geht ein stück sage ich euch gleich so bis gleich ernsthaft ich bin grad gegen die wand abgeprallt aber man hat man hat den jetpack aber auch nur eine begrenzte anzahl äh ja klar das gibt's doch nicht warum werde ich hier immer weggeprallt ja 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 geht schon ich werde hier von der wand gemützt das gibt's doch nicht warum werde ich hier immer weggeprallt ich werde hier von der wand gemützt du musst du da unten rein ja ne also ich bin unten durch aber jetzt ich habe mich natürlich jetzt wieder komplett bekehren lassen ich bin nun alter paar vier wie soll man das bitte in vier schlägen schaffen ich habe es mit neun geschafft paar vier alter ich glaube ich spinne paar vier ich habe jetzt auch wenn neun aber ich werde wahrscheinlich nicht wahrscheinlich ein oder zwei mehr brauchen das drücken wir jetzt nicht das ist nicht wahr der hüpft wieder raus aus der coole und geht ja zurück an den start ja ich habe verloren da sind scheiße komm ja zumindest auf zwölf mit acht über paar wände was ist das für eine map ey vor allem die solltest du mit vier schaffen können paar vier neun zwölf neun zwölf neun zwölf das ist richtig gut so und jetzt müssen wir ok 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 lau ab von mir die ball auf 6 tief spiel bin hier auf beinahe Wer auf der Kante rüpft dann raus, weil der den Stock nicht zu schnell rausgezogen hat. Scheiße, Mann. Und sowas verlierst du halt. Und sowas verlierst du halt so die Runden. Oh, Alter. Oh, what the fuck. Vorsicht, die Bomben können euch raushauen aus der Karte. Ich bin Gott sei Dank wieder rausgekommen, was denn? Die kommt runter. Ja, und zum zweiten Mal. Tschüss. Glück gehabt. Oh nein, ich hätte genau drin. Ja, ich war so schön sicher, dem DG. Warum sprichst du jetzt zum zweiten Mal raus? Ich komme nicht weiter. Weil ich stehe am Start in dem Loch und jedes Mal kommt die Dings runter und fällt mich raus. Jetzt bin ich raus zu nehmen, das gibt es so, danke. Ah, jetzt hat es mich wieder dahin versetzt. Oh, ey. Da bin Boogie. Aber ich bin dreimal rausgeschossen worden. Ich hätte das locker unter Park geschafft. Ach, da war ich. Ich war bei fünf. Ne, sechs habe ich gebraucht. Das ist die Holy Grenade. Das ist die Holy Grenade. Alter, wie soll man das denn bitte schaffen? Unfassbar. Ja, wie schön. Ich liege jetzt auch noch direkt in der Schussbahn, ne? In der Müller-Dinger. Achso, das geht schon weiter. Oh, fast wäre ich oben gewesen auf der Plattform, der ist... Ich dachte, das geht schon weiter. Ich dachte mir, okay, das ist noch die gleiche Map. Sie ist nur eine andere Bahn gefahren. Ich habe vor die Zeit vercheckt. Ich war so fasziniert abgeleckt. Ja, Fall genau raus, so scheiß Ding. Alter, jetzt kann ich nicht mal mehr schießen, weil der mich ständig die Holy Grenade raushaut. Das ist keine so schöne Map, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, doch, die ist durchaus so. Ich ärgere es gerade nur, bis ich nicht rauskomme. Ich will ja rüber auf die andere Dings, auf diese Seite. Ja, ich hab's. Ah, ne, ich bin hier auch mal nicht. Ich dachte, ich bin drüber. Bin wieder runtergefallen. So, das bin ich zumindest auf der Plattform. Dann sind wir sie endlich mal... Schneller, schneller. Nein, ich bin der, das ist noch was kapiertgeblieben. Ich bin genau rübergegangen. Und jetzt? Keine Zeit übrig. Ja, schieß mich doch weit ins Meer hinein. Ich hab 14 Schläge bekommen. Bööö. Hallo? Schlechtes Loch. schlechtes loch aber ich hab's ja auch selber ein bisschen verkackt mit dem alter warte mal aber das das müsste möglich sein schade man ich will das jetzt schaffen ja war nicht ganz aber schon nah dran mein sieben schläge ja sechs schläge ja das ist wahr aber aber ich hätte es auch in weniger schaffen können das ist sogar dass das du kannst du sogar morgen schaffen du kannst du ruhig im alten holle mannschaften muss wissen wie oh gott oder und so dieses schießen jetzt wieder in pola oben Okay. Okay. Fünf, fünf. Guck mal, neun Punkte sind immer noch unterschiedlich. Ich bin grad solch nicht das scharfes Wort. Na. Ich hab's drüber. Schade, ich wär fast direkt noch in diesem Teil reingelandet, aber bin direkt davor liegen geblieben. Zumindest weißt du, wo es scharf langrennt, ne? Aber sauber aufs Bogey und der hat genau gepasst dabei. Der ist genau oben reingefallen. Ja, außer das eine Loch fand ich ein bisschen twiki, aber theoretisch war's eine coole. Es ist eine coole Map, muss ich sagen. Es macht mir auf jeden Fall mehr Spaß als Vollgeist. Mhm. Das muss ich sagen. Weil auch der Langzeitfaktor, der gerade der Spaßfaktor sehr hoch ist. Weil du halt eine extreme Abwechslung hast und du hast dich fünfmal in die gleiche Map oder so. Sondern du wechselst halt immer durch. Ja, aber ich würde sagen, selbst wenn du die Maps noch mal spielst, es wird niemals genauso sein. Niemals. Das ist es halt. Deswegen hab ich gesagt, okay, für den Preisen und das Spiel hat jetzt 15 Euro gekostet. Ist es in Ordnung? Ja, ja, ja. Ah, schade. Vor allem viel machst du auch so ein bisschen noch mit den anderen mit, wenn du denkst, okay, du hast das schon geschafft. Was sagst du? Ja? Sagt Baby schon wieder nicht mehr oder hört sie uns schon wieder nicht mehr? Sie ist doch voll konzentriert. Nein! Ach so, es geht weiter. Warte mal, wo ist das Loch? Äh, das ist das Ziel. Ha! 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 Ah nein, zu weit. Hä? Äh, okay. Ich bin, ich bin zu weit gejetpackt. Nein! Ah, schon wieder. Ah. 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 Das ist unmachbar jetzt für mich hier. Wo bist du denn da jetzt hoch? Da hinten geht's weiter. Und natürlich war ich zu weit. Ich leck mich doch. Diese scheiß Kante da oben, ne? Na, 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 na. Ne, das würde mich jetzt hier in die Höhe treiben. Ich bin drauf. Ich hab's noch mal mit 11 geschafft. Mann, zu kurz. Schön, der war schön, der ist schön. Na, du weißt genau, wie ich das eben auch hatte. Genau drunter unter dem Bart hängen. Nur 7. Okay. Ja, nicht schlecht. Aber jetzt ist... Okay. Ja, was ist denn feucht? Boah, Alter, was ist das für eine Map, ey? Anke kämpft, dass du dich mit runter nimmst. Hä? Du hast mich grad mit runtergenommen. Ich weiß noch nicht. Ja, komm, aber... Ha! Wie auch immer du das geschafft hast. Ah, komm, geh rein. Ja, passt. Acht Schläge. Drei über Paar. Ja gut, ich hab aber zwei auch verloren, weil ich an der Röhre zu weit geflogen bin. Ich muss ja wieder zurücksetzen. Jetzt bist du bei dem Ding ein bisschen links halten. Also genau, du bist so gerade. Du musst auf die linken beiden ersten zwei Dinge ziehen. Und dann zieht er den Roller. Ja, perfekt. Dann geht er rüber. Ja, und dann jetzt einfach noch in das Ding. Genau. Das war schon. Ja, das reicht. Das ist zu gewinnen. Das ist ja so gedacht, dass die letzte Röhre dich praktisch ins Loch befördert. Ja, zehn Schläge bei vier Löchern, ey. Das ist doch sehr viel. Oh, das ist klar. Irgendwas hab ich gerade zerlegt. Ja, die Statue, die da runterkommt. Nein! Ja, das ist nicht normal. Ja, das ist nicht normal. Ah! Hä? Ich bin sogar mit einem Schwung noch da hochgekommen auf die nächste Plattform. Ja, hab ich auch geschafft gerade. Perfekt. Das ist natürlich das falsche Loch ausgesucht. Ah! Wo muss ich denn da durch? Hä? Double bogey, naja. Nein! Ach, noch muss er da rein oder? Nein! Ich bin eine zu weit gefahren. Ich bin in die Falsch. Ja, ich versuche mir gerade die Runde. Du musst ja nicht da rein, sondern du musst da rein. Genau, du musst jetzt hier um das Holz herum. Ich bin hinten zu weit gelaufen. Ja, Glückwunsch, das hast du wieder gewonnen. Markus, räumt mir mal gerade die ganzen Dinger da ab. Da bin ich gar nicht gekommen, wie ihr hier. Ja, das kann ich ja nicht mehr abnehmen. 15 Schläger, das ist... Och nein, wie ich das untersehen will. Oh, ernsthaft? Ich muss sogar aufladen. Okay. Also, ich bin in einem Schwung rüber. Ich auch. Na, na, na. Das war ein bisschen zu wenig. Sorry, Kogi. Nee, besser als Kogi hat es nicht gereicht. Ja, damit hat es auch deswegen eh gewonnen. Ich bin wahrscheinlich zu schnell. Zu hoch. Ja. Ah, 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 ah. Ja, immerhin. Ich weiß nicht wie, aber... Ich habe es zumindest rüber geschafft auf sechs Schläge. Ah. Du musst uns gerade beziehen. Ich weiß nicht, wo ich da irgendwo gehe. Ich glaube, ich habe irgendwo ein Glitch ausgenommen von dem Spiel. Das könnte sogar... Ja. Nein, nicht ganz. Okay. Gerade. Auch ein schöner Versuch. Oh Gott, ist das profitiert hier? Ein bisschen mehr links. Ja. 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 Ja, ich habe immer ein bisschen... Ja, ja, ja. Ah, schade. So. Ja. Ich habe doch schon mal... Gut, den goldenen Esel, den kenne ich natürlich aus Worms noch. Das war so die Ulti-Waffe. Oh, ich sage da nicht. Oh nein, 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 du blöde Bombe. Oh nein, oh. Igel. Ich wäre auch immer nur, dass du das geschafft hast. Nein. Ich hätte sogar einen Schlag weniger noch haben können, das wäre ein Albatross fast gewesen. Ich muss jetzt mal rüberkommen, ey. Ihr wisst, ihr habt Jetpack, ne? Nein, habe ich nicht. Oh, noch. Du hast nur ein Jetpack her. Na, vom Anfang damit? Nein, ich habe keins. Ich weiß nicht, woher du... Ich hatte ein Jetpack. Der zieht mich da runter, ey. Es wird ein Elfer werden. Ey, das katzt mich gerade aus. Na, egal. Alter, wie kann ich das... Das ist doch fast nicht möglich, ey. Ja, das hast du auf jeden Fall schon vor dem letzten Loch gewonnen, Markus. Was ist das für eine? Alter, die Maps werden auch immer bekloppt irgendwie. Warum stehe ich wieder am Start? Ich setze mich wieder zurück. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin gerade dreimal vom Schaf gerammt worden. Na, bleib doch da oben liegen. Aber es ist nicht schlecht. Ja, weil... Ja, mal hin. Einmal. Bah, bogey. Bogey. Boah, wie deutliche, ey. Ja, so manchmal, wo wir nicht verkackt haben und dann ziehst du da, wie wir die eine, äh, 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 sieben Runde, sieben, ey, äh, äh, wo der neuen Schäfte schafft er mit 14, 15 Schicke. Na ja, scheiß drauf. War aber trotzdem witzig, die Map, muss ich sagen. Also war ein paar Maps dabei, wir wurden dabei, wir haben noch eine Runde machen oder nicht? Ja, machen wir noch eine Runde, dann haben wir nämlich den Content für die Woche durch. Ja, da können wir vielleicht, ich weiß nicht, wie die Woche noch bei euch ausziehen, dann können wir natürlich die Woche nochmal ran. Mir ist das, ich habe, ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub, ich richte mich da komplett nach der Gruppe. Ja, machen wir so. Dann machen wir jetzt noch eine Runde danach. So, dann mache ich hier raus und, äh, neue Runde, neue Map.